Junge, das wird man ehrlich mal sagen, zielstrebig, da ist kein geraubt, der macht sein Ding, er lebt für seinen Sport natürlich, und ich glaube, hat er jetzt einen Rekord gebrochen, hat er jetzt nicht einen Rekord gebrochen, ist er nicht jetzt der Fahrer mit den meisten Siegen, Stefan, hast du den Rekordfahrer erreicht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, dass es gekocht ist, die Rüste eigentlich zu sein, ja, es ist so, 23 gehört hier, 24, 24 Siegen, danke, ganze Sonne, Applaus, ja, beim anderen wollen wir noch richtig viel abgehen, liebe Leute, haben wir uns gebeten, ja, ein paar, bitte sehr hoch, ja, super, okay, ganz toll, meine Damen und Herren, ganz toll, meine Damen und Herren, ganz toll, meine Damen und Herren, ganz toll, 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 aber ein bisschen weniger prajen, ja, das ist nicht so, ja, wir haben jetzt noch eine F şurizятся-Lafsitz, genau,press, wir haben jetzt noch das nächste Netz 아닙 tenth nummer und wir werden gemeinsam rapidly motoren, rechts, wir messen hier rechts. Ein ganz tolles Letzten aufhören, den wir hier noch haben, meine Damen und Herren, das könnt ihr euch auch darauf verlassen, dass die Fahrer alle die reellen Abnehmen sind. Und ich bitte auch alle, die die Gefahrerlager hören können, halten euch bereit für die Riders Parade, die Gefahrerparade. Dann anschließend nach der Letzten, wenn ihr eure Roller natürlich auch die Möglichkeit nutzt, jetzt fahren wir noch vorstürfen. Ja, und jetzt haben wir wieder die Situation, dass der Mannagas Weichl am Start ist, also ein wenig schnellster, indem man die Griffe auch noch einfliegt, das ist so ein Rundstrom, wenn man immer Zweiter ist und immer schnell ist und immer gut ist, immer in der ersten Reihe steht und nie ganz oben. Also ich würde es jetzt gönnen, wenn man das gewinnen würde. Ja, wir drücken Ihnen gemeinsam die Daumen, mein lieber Ulf, dass der Matthias Weichl mit seiner Henning Binelli von 100 R aus dem Jahr 72 bis hin in die Jahre gekommen ist, aber flott unterwegs und man beachtet auch einmal wieder diesen unvergleichlichen Binelli-Sound. Das heißt, also jeder Zylinder hat seinen eigenen Ansaugungkanal und seinen eigenen Auspufftrakt. Das gibt eine Harmonie, wie ein Motororchester, klinik ist hinten mit diesen vier vier Auspuffanlagen, das die 500 R aus dem Hause Binelli liegt. Das ist hier noch einmal zum Leben erweckt. Das ist hier noch einmal zum Leben erweckt. Wo die Gäste kommt? Ja, ein Kohlfühn. Hier geht es ja bei der Abbahnhof-Mail. Gleich schön in der Abbahnhof-Mail. Die Gäste kommt weiter. Und dann kommt der Abbahnhof-Mail. So, das ist jetzt der Weg, aber der Weg. Ja, da kommt der Abbahnhof. Das machte richtig Spaß, weil dieser Turbolader setzte umgehauen, den war ich drin und es kam so richtig, ohne viel Getöse und ohne viel Drehzahl mächtig Schuss. Ja, ich hatte glaube ich die Turbolader gefahren, die war schon ganz nett. Jetzt müssen wir mal sehen, wie kann diese Position reisen, die er da an der Seite hat. Die Turbolader Thomsen auf der dritten Position vor Oliver Jentsch auf der SR 500, auf der vierten Position. Ja, und hier im Steltener, das ist auch ein ganz netter Typ. Die Sensation, die 54 hier im Steltener, ist immer noch vorne, nachdem er ja eigentlich im Grunde genommen so weiter war. Und hier im Steltener, das ist hier da angehen, ein Vorteil der Sensation. Und hier ist ein weiteres Fahrzeug, das ist da von mir, das ist eine sehr gute Fahrzeug. Der Sensation, der Angriff nach dem Stil, den Stil, den Kling, das guck mal mal da, mit der Klingel. Und dann, die Sensation, das können wir nicht so lange nicht so machen, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Navi, der hat den Frust im Bauch, der will da jetzt vorbei. Der im Bauch ist und den Führer vom Bauch hergestellt wird. Ja, der von vorne ist die Zweigseite. Auf jeden Fall ist man sicher Zweigelzelt. Es beleidigt, dass er dem ersten Erster auch nicht ansteckt. ... und ich denke mal... Ja, Holger! ... und der ist ein Kuhmeier. ... der Suche dann was weg. Ja, nein, ich muss hier hin. ... und ich habe mich auf den Kuhmeier. 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 ... und ich habe mich auf den Hü swatchen. ... und ich habe mich auf den Kuhmeier. ... also es wird sich wohlлек Aber natürlich, dass wir rauskennen, dass der Zettel ist. Ja. 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 Ja.